Eine kleine Gruppe junger Menschen, bekannt aus der russischen Treubahnshow, führte ein gewagtes soziales Experiment durch. Eigentlich sind die drei jungen Russen mehr für ihre öffentlichen Streiche im Sinne von versteckter Kamera beim YouTube-Publikum berühmt geworden. Aber ab und zu führen sie auch soziale Experimente durch, die zum Nachdenken anregen, wie im folgenden Fall. Mit einem Herkunftsschild, auf dem sie Vorgaben, Ukrainer zu sein, stellten sie sich auf die Straßen Russlands und riefen die Passanten zu einer Umarmung auf. Ein weiteres Team aus der Ukraine, welches vorgab, aus Russland zu stammen, rief die ukrainische Bevölkerung ebenfalls zu einer Umarmung auf. Ziel des Experiments war es, herauszufinden, wie die Bürger der beiden Länder aufeinander reagieren. Das Experiment wurde sowohl in Russland als auch in der benachbarten Ukraine von einer deutlichen Mehrheit der Menschen mit positiven Reaktionen angenommen. Trotz oder gerade wegen der schwierigen politischen Verhältnisse zwischen beiden Ländern hielten die Menschen an, umarmten sich teilweise innig, bedankten sich für den Mut und sprachen sich gegenseitig Hochachtung und Anerkennung aus. Aber sehen Sie selbst. Die Bilder sprechen für sich. Hallo zusammen, Sie sehen die Treubahn-Show. Heute möchten wir ein soziales Experiment zu einem Thema filmen, welches die letzten fünf Jahre aktiv in den Massenmedien diskutiert wird. Es geht um die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine. Es gibt hierzu eine Menge von Filmen im Internet, aber heute möchten wir ein eigenes Experiment durchführen. Für unsere Untersuchung haben wir so ein Schild gemacht, worauf geschrieben steht, Hallo, ich bin aus der Ukraine, kommen wir umarmen uns. Und jetzt machen wir uns an die Aufnahmen. Sehen Sie nun selber, was sich daraus ergeben wird. Und jetzt machen wir uns an die Aufnahmen. Es geht um die Aufnahmen. Danke, Leute. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Bei uns, die Ukraine-Ukraine sind sehr gute. Ja. Sie sind sehr gute und vor allem sehr. Und glücklich. Danke. Danke dir. Danke dir. Wie geht es? Wir filmen einen Social-Experiment. Wie russische Menschen mit ukrainern? Wie gut. Wir sind die Freunde. Alles gut. Wir müssen diesen ganzen M********* mit dem M********* Okay, du verstehst. Ich verstehe. Danke dir. Danke dir. paljon Since then. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. themat RPIS! Ich heiße, dass du ihr anstaz screaming. Vielen Dank. Nein? Es kommt. Es gibt viele, ja. Sie sind sehr begeistert. Schauen Sie die Reaktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Tag. Danke Vielen Dank! Danke! 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 Vielen Dank! Ich habe nicht gedacht, dass es so wird! Danke! 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 Danke, dass du nicht durchgegangen bist! Was denkst du? Ich denke, dass alles politische Präsentation ist! Alles politische? Danke! 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 Jetzt geht's! Wenn wir zusammen sind! We are together! We are falling in love! In mir ist perfekt вперvide! Wir sind in love! Wir sind in love! Vielen Dank! garbage die lieben. Geben Sie? Ja! Ewa! Es ist gut. Ja, vielleicht wird es. Guten Tag, ihr seid heute. Danke. Wir sind in der Schweiz. Ja. Ich auch. Ich bin in der Schweiz. Wir sind mit Ihnen. Wir sind mit Ihnen. Danke. 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 Es ist ein soziales Experiment. Danke. 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 We are going to hug you. Let's hug you. Hi, Ukraine. Vielen Dank. Von der Ukraine? Kyiv. Kyiv? Ja. Ihr seid ihr seid. Ihr seid ihr seid. Ihr seid ihr seid. Wir haben ein soziales Experiment. Wie ein? Ihr seid ihr seid? Ja. Wie ihr seid? Ja, wie ihr seid? Ihr seid ihr seid. Ich bin ein guter Freund. Danke. Danke. Hör dich. Ich versuche dir einen подарок. Sorry. Oh. Hahahaha. Hör dich. Hör dich. So, Leute, alles wird gut. Aber du wirst es ja. Danke. Danke. Du wirst es nicht unterhalten? Danke. 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 Es war gar nicht so einfach, alles abschließend zu beurteilen, weil ein überwiegender Anteil der Menschen, ungefähr 80% der Passanten, auf uns zukamen und sich mit uns umarmen wollten. Es waren sehr viele Menschen, die uns umarmten. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit Natascha war. Bei mir gab es gar keinen negativ eingestellten Menschen. Wir hatten auch keinen negativ eingestellten. Sogar Menschen, die einfach vorbeigingen, lächelten uns zu. Das ist wichtig. Viele, die einfach vorbeiliefen, sagten, danke für das, was ihr macht. Und es war sehr angenehm. Wahrscheinlich müssen gar keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Das kann jeder für sich selbst tun. Wir wollen euch unsere Meinung nicht aufdrängen. Besser schreibt ihr eure Meinung und was ihr hierzu denkt selbst in die Kommentarspalten. Den Film könnt ihr auch gerne noch einmal ansehen. Ehrlich gesagt ist das Erfreulichste an dem Ganzen, dass ungeachtet der ganzen politischen Situationen zwischen unseren Ländern bei den Menschen die Menschlichkeit nicht verloren gegangen ist. Sie sind Menschen geblieben. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was wir zeigen und selber in diesem Film sehen wollten. Es war wirklich sehr schön. Man hat die Wärme gespürt und manchmal war man sogar bis hin zu Tränen gerührt. Zum Schluss möchte man sagen, Leute lasst uns doch Freunde sein. Lasst uns Menschen bleiben. Danke an alle. Das war die Treubannshow. Bis dann. Das war die Ich bin es in Europa. Wie geht es? Gut. Ich weiß es nicht. Doch ihr versteht etwas? Nächste Und wie ist es so? Es ist uhr-entspiel. Wir wissen nicht, was es? Wir haben uns nicht mehr überlegt. Wir wissen, wir wissen, dass wir es. Wir haben uns 1-jährige Reise. Wir wissen, dass wir uns nicht mehr überlegt. Aber wir wissen, dass wir es nicht mehr überlegt haben. Wir wissen, wie es das ist. Alles, guten Tag! Vielen Dank! Vielen Dank! Es ist ein bisschen ein... Nein, wir müssen uns überlegen. Wir müssen uns überlegen. Wir können uns überlegen. Wir können uns überlegen. Wie ist das? Wie ist die Ukraine? Wie ist die Ukraine? Wie ist die Ukraine? Das ist die nächste Woche, ja? Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, gut. Vielen Dank. Tschüss. Dann können wir uns nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Aua. Ja? Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. O, 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 o. A meine Frau, meine Frau, meine Frau. Danke. A, noch. A, noch mal. A, noch mal. A, noch mal, ja. A, noch mal. A, noch mal. Man sollt sie死en! Ihr arriba, ihr habt einen leiden? Er ist Spaß? Ist nichts anderes, in dem ich so? Nein, he ist ein hauptsうん. Der ist ein Dänker! Ich bin der Land, ich bin der Vater. Ich bin der Vater. Ich bin der Vater. Ich bin der Vater. Das ist gut. Ich bin der Vater. Sie sind zu mir? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Hallo. Ich bin ein Hefraniener, aber ich gebe dir einen Hügel. Danke. Ich gebe dir einen Hügel. Guten Tag. Danke. Glückwunsch. Hallo. 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 Guten Abend. Guten Abend. Sie sind alle? Sie sind alle? Aber wie sind die? Ich bin einfach gekommen. Sägerlich? Ja. Nein. Es ist eigentlich eine akte. In Russland haben wir, dass ich aus der Ukraine bin und wir auch nur in Ukraine sind. Sägerlich? Ja. Ja, wenn du dich überrasst? Es ist gut. Du willst du überrasst? Ja. 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 Aber wie... Aber wie... Ich habe gesehen, die Kamera. Ich auch. Ich wusste, dass du gesehen hast. Ich habe überrascht. Ich habe überrascht. Danke. Tschüss. Dankeschön sucking. Y 테 замеч 워. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und sich nach wie vor verbunden fühlen Gerne laden wir Sie auch dazu ein Sich die internationale Freundschaft 2017 anzuschauen Dort können Sie miterleben Welch tiefe Verbundenheit die Menschen aus allen Nationen miteinander vereint Menschen, die sich gegenseitigen Respekt und Liebe bekunden Und sich nichts sehnlicher wünschen Als wahren Frieden für alle Völker